was gab freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir also ich bin hyped diese kamera ist eine neue cam wenn euch aufgefallen ist guckt meine letzten videos da seht ihr und jetzt das video sieht einfach geil aus ich bin auf the week upgrade und entscheidet mein team guckt euch das video an dass es im stream passiert wer mir noch nicht auf twitch folgt freut mich auf twitch schon fast jeden tag live auf twitch freut mich auf insta warum freut mich nicht auf insta was machst du? lasst ein abo da, lasst ein like da, lasst ein komi da ich wünsche euch viel Spaß beim video guckt euch das an so komische tore passiert ne wow bis gleich tschüssi okay erstes team of the week pack wir machen wie gesagt zehn stück es ist mir egal was ich ziehe einfach bitte was gutes einfach walkout ja walkout frankreich ist das? Fofana ist gut den kann ich jetzt extra spielen wir haben schon mal einen guten ich habe ihn schon bitte ich habe ihn tauschbar bitte wo ist der tauschbar ach digger heizmaul team of the week Fofana wo ist der? zack das ist der erste spieler Fofana ist der erste spieler so nächst du auf the week pack walkout ok deutschland sané 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 oh oh musiala ist cool habe ich den aber schon ich weiß ob ich den schon habe ach ne hab ich nicht okay musiala ach ja mal zack 10er 6er stehen ist eigentlich gut 2 84er ist doch eigentlich okay beide ganz gut beide kann man relativ spielen so nächst du auf the week pack chat pack nummer 3 walkout ja ist gut nein trauré rechsteil habe ich schon ich habe den schon so oft gezogen ich habe ihn nicht okay ich habe ihn nicht der dritte spieler ist wo ist der raure ok wir haben zwei von league a ich fahre noch einen dritten dann haben die einen linken aber bis jetzt haben wir keine chemie aber trotzdem alle ein spielbar der kann man auf rechts zocken von Fofana kann man safe auf der 6 zocken und musiala kann man auch safe zocken nächstes ist hier auf die week pack das nummer 4 glaube ich ja haaland heizt maul ach so ich doch da ach wei aber ey zum lück ist es nicht haaland weil ich hab eh den ones to watch ich könnte mit haaland inform nicht mal was anfangen so lot kommt rein so der ist eigentlich auch spielbar habe ihn noch nicht gespielt aber er soll halt gut sein wie haaland er ist eh lengthy chemie bis jetzt ganz schwierig ne komm 1 m ap dann haben wir dreimal liga auf die pack nummer 5 walkout ja frankreich spitz frankreich deutschland nein nein sané bing sané ja sané wir haben einen grünen perfect link ich weiß es gibt keine links mehr aber musiala sané let's go ist gut so wir haben leeroy gezogen ich muss formation ändern ich hoffe einfach ich ziehe keinen flügelspieler gibt mir einfach so ein gibt mir so ein werner in form die würde ich selbst spielen aber bis jetzt team ist gut fünf in form zu alle 15 spielbar das ist hier auf die pack nummer 6 ich glaube jetzt kommt kein nein ich hab bringe zu öffnen scheiße ich wollte das aufsparen ich wollte das gar nicht öffnen es war das falsche egal was willst du machen scheiß drauf scheiß egal kein walkout ja die wollen wir sprechen die wollen wir sprechen ich öffne nicht nur aus versehen mein prämo tour auf die pack nein ich bekomme auch noch kein walkout wenigstens haben wir ein torwart so zack zack hier wenigstens haben wir ein torwart drinnen bundesliga auch musiala full sané full ist okay ist okay wir haben ein torwart bekommen besser als nichts nächstes auf die pack kein walkout ein sport das wäre etwas lv ach hanko 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 wer heißt denn so überhaupt wer heißt hanko hanko so noch vier plätze grove tweak pack nummer sieben glaube ich oder acht kein walkout es ist kein walkout es ist kein walkout es ist kein walkout polen als ob ich hab den schon hey was mache ich jetzt bronze torwart ach digga ja bronze torwart ja wir packen einen bronze torwart irgendwo hier rein wo packe ich bronze ich packe auf die sechste sechster ist eigentlich egal ich brauche noch ich brauche noch innenverteidiger ich brauche keinen verteidiger so wir gehen rein chat nummer neun ich schwöre wieder kein walkout es ist wieder kein walkout rosselu ich schwöre wie soll ich ich bin derzeit ich glaube er blinkt zu h als zu saulot aber wie soll ich jetzt mit saulot und rosselu spielen rosselu so ich brauche noch ein iv doch kein walkout ach digga es hat so gut angefangen ja und jetzt bin ich hier irgendwie gelandet wo ist der hier zack mitrowic bam aber uns fehlt noch ein spieler und der letzte spieler entscheidet das garantierte team of the week pack im shop ok der spieler der hier gezogen wird ist unser elfter spieler von dem team of the week pack im shop ok das pack hier ist von einem zuschauer das heißt den den er zieht den muss ich kaufen das heißt kauft der mbappé muss mbappé kaufen das ding ist sollte ich verlieren muss ich diskarten ok deswegen ich darf nicht verlieren team of the week pack mit münzen let's go kein walkout frankreich wenigstens oh yeah oh saliba jaaa ein iv oh my god ich hab ein iv gebraucht so letzte karte saliba ich muss den kaufen ich hab den nicht schon vereint 56k mit shadow oder anker ich bin mit shadow mit so da ist die letzte karte saliba kommt rein er linkt zu niemandem geil so das ist das team ich probiere noch ein bisschen chemie rauszuholen wir sehen uns beim fertigen team das ist das fertige team wir haben noch probiert das beste mögliche rauszuholen aber es ging nicht besser ich geh jetzt da mit drei in ein game und solches spiel verlieren muss ich die differenz abstoßen ich hoffe einfach ich krieg keine packung ich geh in rivets rein ich bin zwischen zwei ja das kann eklig werden ey hat ein gutes team perisic benzinma ähhhh sanio musala sind die einzigen zwei spieler die full cam sind ja nein torwart torwart ey jaaa jaaa 1 0 torwart ich weiß gar nicht aber rechts fuß ist der rechts fuß ist der links fuß keine ahnung rüsselu rüsselu wow ey fast 2 0 torwart lauf torwart torwart r1 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 die besten ey torwart links fuß oder rechts fuß ja egal faul nimm mal mit hauptsache keine rote was sonst ist ein discount ok gut nein jaaa bitte aber schießen ach der ach der jaa lieber morse kerle witte wo ist torlar jaaa torlar let's go Jauh! Ach, Digga, was war das denn? 3-2. Er macht greedy! Er macht greedy! Ich bin nicht verliert. 3-2. Ja! Komm, mach doch noch mal den greedy! Mach doch noch mal den greedy! Wow! Ey, jetzt war echt gut gespielt, muss ich ehrlich sein, ne? Der spielt jetzt aber durchdacht. Ab ihn. Bitte! Zornat! Ja! Gib mir den greedy! Let's go! Ey, warum ist Horn so gut? Warum ist Horn so gut? Schau, guck mal! Er nimmt ihm an! Tor! Ja! Nein, Traoril, bitte! Ja, Traoril, let's go! War dumm von mir. War dumm von mir. Nein! Aber was machen wir bei Unentschieden? Wir machen Rat. Ob ich abstoßen muss oder nicht, abstoßen muss. Wir machen einfach Rat. Tot! Guck mal, ne? Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du machst es einfach, okay? Ja! Ja! Levi! Let's go! Mit dem greedy! Mit dem greedy! Rage quitt! Wir wollen in Zwischen 2, Chat! Mit dem Tier auf Zwischen 2 gewonnen! Das war's mit dem Video. Ich musste keinem abstoßen. Ich war so, ey, Zornot, der beste Stürmer gewesen. Wow! Auf gar keine Chemie, Division 2, trotzdem, hat Trick gemacht. Lasst ein Like da, lasst ein Follow da. Ich bin live auf Twitch, fast jeden Tag. Deswegen alle auf YouTube, komm drüber auf Twitch, lasst auf Twitch ein Follow da. Das war's, Peace out und tschüssi!